selbst leiden heute spiele ich eben t-drive zum ersten mal ja heute sind wir in so einen komischen ring der ja also so da kann man auch so an der wand wundert euch jetzt nicht was ich für ein auto fahr ich glaube das ist sogar von italien wenn man die tun kann man guckt euch die fede ego perspektive ist auch geil also ja wie gesagt ich bin halt nicht gut ich spiele das zum ersten mal das spiel auf jeden fall mal hier schauen hier so unten fahren oder ich will halt das aufbrechen mit stag kann man das aber ich will okay lass mal von oben Da ist nicht mal was drinnen. Ja, aber auf jeden Fall dieses... So steht da drin. Ich will in die Toilette. Uha, wir wiegen auf jeden Fall viel. Das geht nicht. Okay, gut, nehmen wir mal ein anderes Auto. Irgendwie, ich, also, ich glaube, wir können auch... Lass mal mehrere spawnen und die sollen mich dann so, ja, so fangen. Oh mein Gott. Also, ich habe mir schon ein bisschen Wotzer runtergeladen. Okay, das ist mein Auto. Ich will den in schwarz. Mal gucken. Ich wollte den in schwarz. Okay, das will ich doch nicht. Ich will was, was gut ist, stark so wünschen. Okay, das ist mal so eines von einem. Dann nehmen wir noch so ein schönes, kleines... Mal gucken, ob das abgeht. Mh, auf jeden Fall mal. So ein komisches Badewagen Auto. Mal gucken, ob das abgeht. Und... Sound ist krass. Sogar Flammen. Oha. Okay. Und... Okay. So... Noch ein Auto, das er mich dann auch verfolgen. Das ist dann so ein... 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 No... So ein... Und jetzt... Wir spawnen und jetzt brauchen wir nur noch... Mein schönes Fahrzeug. Was war dieimage? So ein... So ein... Sie schon, ich weiß das nicht. bleibt unbedingt so bis zum end dran ich nehme mal so ein und auch gut so jetzt kann ich irgendwie so ich bin hier so sagen wir hier jetzt sage ich kann und er kommt schon der kommt schon ich habe angst ich habe angst der kommt auch schon wenn er jetzt um fliegt dass wir so er kommt auch ich glaube er hat die sind so dumm außer er erst er ist der ist dumm ok 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 mein ding ist schon kaputt er kommt schon er kommt schon mehr er kommt doch nicht machen wir noch bernhard er ist dumm ja obwohl du hast eh für das du da auch ha okay okay Ich brauche kein neues Auto, okay gut, ich brauche doch ein neues Auto. Er denkt sich so, oh nee, er denkt sich so, nee, ich trage sich so. Oh mein Gott, er gibt Gas, den Kopf rein, Kopf rein. Oh mein Gott, jetzt gibt er Gas, oh mein Gott, er hat mir gerannt. Ich, ich gebe natürlich nicht Vollgas. Okay, okay, okay. Und hier? Er denkt sich so, ja komm, du musst auch ranfahren. Ja, aber das ist halt so leise. Irgendwie. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Er will, auf. Ne, nicht. Okay, machen wir den mal neu. Ich glaube, der muss auch neu. Wir könnten noch fahren. Hier seid echt so dumm, also wirklich. Ihr zwei IQ wahrscheinlich insgesamt. also er ist jetzt auch dumm erscheint er ist auch schau er schlau zumindest ok gut kommen das erst mal alle alle mal stoppen jetzt sollen die füllen ihr sollt fliehen von mir ich weiß nicht ich will mit dem fahren das ist mein auto ok gut dann mach ich mir jetzt in das auto guckt euch den aus voran die fahrzeuge löschen mannmärchen entfernen mannmärchen entfernen mannmärchen entfernen mannmärchen entfernen ok jetzt haben wir keine autos aber jetzt lasst doch einfach mal was wir können ja jetzt einfach so ja was würdet ihr noch wollen umgebung lasst ihr erst mal ich nehme mir so ein geiles dafür 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 wir kommen aber die anderen drei bekommen solche geilen fahrzeuge das schmeckt schluss guter geschmack von mir steht sie oben Oh mein Gott. Wie der Wackelkopf. Und übrigens, ich konnte das nicht umstellen. Ich wusste nicht, wie das geht. Wenn ihr wisst, wie das geht, dann schreibt es bitte unbedingt in die Kommentare. Sonst weiß ich nicht, wie viel kann ich euch haben. Ich will dieses Kack-Mach-Machsel weggeben. Ich will dieses Kack-Machsel weggeben. So. So. Lass es erstmal so. Hä? Aber es ist mir jetzt auch egal. Lass es dem... Wir gehen jetzt so. Okay, einfach wo ich's fand. Und die bekommen jetzt einfach so eine Polizia. Mich verfolgen drei wieder. 113 ist die Nummer von der Polizei in Italien anscheinend. Wie kann man dieses Blaulicht anmachen? War länger. Wir gehen erstmal hier. Und jetzt sagen wir einfach KI. Ja oder nicht? Mal gucken. Okay, 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 die kommen, die kommen schon. Oh mein Gott. Das über die... Aber weil die so dumm sind... Hoffen geht noch nichts. Die Tüse kommen noch. So, der geht jetzt aus so einem Akku. Hallo, Polizei. Die sind wirklich geistesgestürmt. Oha! Also, das ist... ...net normal. Ich fand mir nur so... Oh, geil! Ich weiß nicht, dass Lenkrad hat. Ich weiß nicht, dass Lenkrad hat. Das ist jetzt so mit voller Kraft irgendwie rein. Er... 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 Checkt's nicht. Gibt's sowas nicht irgendwo in echt auch? Halt nur in so kleiner? Ja, ist mein Reifenkrab pro 10. Ja, links henten. Ja. Liesst! Oh! Hm! Hm! Lass die mich nicht fangen. Wir sind jetzt so ganz nette Bürger. Die wollen mich aufhalten. Okay, lass mal allen eine Chance geben. Wieso geht denn immer vorne und rechts? Was ist da rein? Okay, kaputt. Er hat mich angestupst. Aber es ist noch nicht lange, dass ich verliebe. Opa? 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 hmm ja komm was ist mit euch ich glaube er checkt sogar ok er checkt es er checkt es wo gerade noch davon ich hab halt nicht wollen und die nicht aber italien irgendwie dass die so viel geld für die polizei ausgeben ihr einzelnen auto kostet ja auch nicht viel kostet ja auch nicht nicht erstmal warten bis die kommen hallo und 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 du und und du und und du und du Das passiert nicht. Das ist gut. So, jetzt muss ich voll Gas. Okay, jetzt voll Gas. Er gibt aber auch voll Gas. Oh, das würde ich mal sagen. Ich hab halt einen Explo... Schau, der pickt an mir dran. Aber jetzt zieh ich weg. Ich mach ihn voll auf ihn. Ich könnte bremsen, aber das machen. Er kann das machen. Okay, jetzt hab ich ihn ausserholen können. Ich muss gucken, dass vor mir eh keine sind. Das wäre blöd. Sorry für den Ton, dass der weg war. Ich will nochmal, dass mich die alle fangen. Wir holen den mal zu uns. Er hat uns aufgefangen. Ich brenne aber noch nicht. Ich kann noch fahren. Not. Wie, oder? Das ist jetzt nicht der andere? Italien... Italien... Wieso Italien? ja gut wenn ferrari ist es auch meistens bis die es reicht schon es reicht schon wir wissen dass gewonnen durch den motor an mit dem ist er noch so 100 200 gefahren oder so wenn sie ich glaube die felgen und so kosten noch viel schau ferrari flagge ist sogar ich weiß nicht was mit dem los ist also wirklich der fahrt uns nur rein und ich was machen ich mache jetzt ich hatte klar Schaut auf seinen Reifen oder schaut ihn einfach an. Ich habe jetzt nur noch den Motor. Die könnten so arm fliegen, oder? Okay, ich trage einen Kilo sogar. Oh, wie gesagt, die Polizei hätte verloren. Hat eigentlich auch. Wo bist du? Sie hat eigentlich verloren. Also gut, ich bin halt der beste Profifahrer. Und jetzt würde ich mal sagen, wenn ihr noch kein Like oder Abo da gelassen habt, dann macht das bitte jetzt. Und tschau. Und wieso? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Der Motor ist nicht mehr geschädigt. Ich bin stärker als hier. Ihr könnt den nicht mehr anheben. Also ich kann den nicht schieben. Ihr könnt nichts schieben. Aber ja, wer schiebt denn? Okay, doch nicht. Man könnte den Motor für 4.000 Dollar verkaufen. Okay, gut. Schauen wir doch. Schön. Vielen Dank.